Servus Leute! Ein T-Shirt, das nicht dreckig werden kann. Das ist doch mal was. Das ist mal eine richtig geile Erfindung, eine geile Idee. Das Ganze gibt es auch in unterschiedlichsten Preisen. Von 20 Euro bis 60 Euro. Ich habe das jetzt nicht in irgendeiner Form bezahlt bekommen. Ich habe es im Internet gefunden und bestellt. Die günstigste Variante, aber das identische Material. Ja, ich habe es noch nicht mal ausgepackt. Ich habe es noch nicht mal ausgepackt. Das machen wir jetzt zusammen. So, das fühlt sich im ersten Eindruck hier mal ganz gut an. Ja, das macht einen sehr guten Eindruck auf mich. Also, das Material fühlt sich so ein bisschen an wie einfache, schlichte Mikrofaser. Vielleicht wurde ich hier über den Tisch gezogen, aber das finden wir zusammen raus. Hier auf dem Etikett steht auch geschrieben, Shield plus Wasserabweisend Hydrophob. Hydrophob bedeutet nur Wasserscheu, Wasserabweisend, Feuchtigkeitsabstoßend bedeutet das. Das kennt man aus der Chemie, wenn beispielsweise Öl und Wasser gemischt werden. Das Öl ist Hydrophob. Das verbindet sich nicht mit dem Wasser. Viele sagen ja auch, machst du Öl ins Wasser mit den Nudeln, dann kleben sie nicht aneinander. Das ist absoluter Unsinn, denn das ist hydrophob. Das bleibt nicht haften. Das hat keine Verbindung in diesem Mischverhältnis. Das Öl bleibt einfach drin. So, aber wir kochen heute nicht. Wir machen ein T-Shirt schmutzig. Und vielleicht kann ich es danach sogar noch verwenden, wenn es tatsächlich hält, was es verspricht. Hier ist eine kleine... Moment, ich schneide das mal ab. Ganz schön stabil. Also es ist nicht der übliche billige Schienagramm. So, was haben wir denn hier? Die Marke heißt übrigens Beverly. Das sagt mir jetzt übrigens nichts. Ich habe das T-Shirt auch selbst gekauft. Also das ist jetzt keine Werbung. Da ist auch alles auf Chinesisch. Also nehme ich mal an, das ist eine chinesische Marke oder eine Fälschung. Wie immer. So, da wären wir nun. Ich probiere es erst mal an. Mal sehen, ob es mir überhaupt passt. Das wirkt auf den ersten Eindruck auch etwas groß. Vielleicht liegt das nur daran, dass es hier so ausgebreitet da liegt. So, ich probiere es mal an. Ja, also es fühlt sich sehr angenehm an auf der Haut. Es ist ein sehr angenehmer Stoff. Ich weiß natürlich nicht, wie schweißdurchlässig der Stoff ist. Was bedeutet, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe, gehe ich dann ein oder nicht. Das könnte sein. Schwer zu sagen, aber der erste Eindruck ist sehr positiv. Es fühlt sich angenehm an. Es soll übrigens auch Wochen dauern, bis es tatsächlich riecht, wenn man es drauf anlegt. Also angeblich kann man sehr lange das T-Shirt tragen, ohne dass es nach Schweiß riecht. Das soll keine Gerüche annehmen und auch keine Bakterien annehmen. Geht einfach durch, sozusagen. Okay, jetzt machen wir es dreckig. Mal sehen, wie gut Handcreme weggeht. Aber Handcreme ist nur der Anfang. Ich habe hier noch Ketchup, Honig, Erdnussbutter. Oh, ich hoffe, das T-Shirt übersteht das Ganze. Also so ein Fleck wäre jetzt schon ziemlich schwer, wieder rauszubekommen. Und angeblich soll es auch einen gewissen Abperleffekt haben. Ich probiere das mal hier aus. Ich hoffe mal. Angeblich soll das gar nicht haften bleiben. Dann merkt man auch, man merkt das, man sieht das hier so ein bisschen. Wow, wow. Tatsache. Kann man das gut sehen? Das ist Honig, Leute. Das ist Honig. Ich nehme jetzt mal hier so einen Lappen. Tatsächlich. Es perlt einfacher. Das ist Honig. Wow. Also jetzt muss ich schon sagen, ich bin beeindruckt. Wahrscheinlich muss man da ein bisschen mehr von nehmen. Mach ich das einfach mal. So. 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 Also es hat tatsächlich einen Abperleffekt. Man merkt, dass die Flecken, die Stoffe darauf einfach abperlen. Das ist ziemlich cool. Aber das Problem ist, wenn es sich erst einmal mit dem Material vermischt hat, quasi so reiben, dann hat man, glaube ich, keine Chance. Ja. Reiben ist also Gift. Es perlt ab. Wie man hier sieht, hier ist noch so ein bisschen Honig. Ich mache den mal jetzt so auf meinen Finger. So. So. Da kann man quasi den Schmutzfleck einfach davon abheben. Und das geht auch hier mit dem Ketchup. So. Und nun die Erdnussbutter. Ich habe aber nicht so viel. Ah. So. Ah, ist der. Dreckig. Also die Erdnussbutter sieht man hier wunderbar. Die bleibt jetzt hier an dem Ketchup haften. Und rollt drüber. Da sieht man, der Tisch hält. Der Tisch bekommt mehr Ketchup ab. Wow. Ich bin beeindruckt. Also ich bin beeindruckt. Ich habe wirklich nicht mit so einem Ergebnis gerechnet. Jetzt versuche ich, das ganze Schlamassel hier mal mit einfachem Wasser abzuspülen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe das T-Shirt gerade eben unter fließendes Wasser gehalten. Und das ist es. Also. Ich bin beeindruckt. Ich bin echt beeindruckt. Das sieht gut aus. Es fühlt sich gut an. Und kein Schmutz bleibt haften. Es trocknet auch sehr schnell. Also ich habe da ein bisschen mit dem Föhn drüber geföhnt. Ich zeige euch das auch gleich nochmal. Und ich bin beeindruckt. Ich hatte gedacht, vielleicht sieht man da jetzt so vereinzelt die Stellen, in denen eben die Handcreme zum Beispiel war. Dann lässt es nämlich etwas, das geht ein bisschen schwieriger raus. Joa. Aber wir sind noch nicht fertig. Jeder, der mal Pfannkuchen gemacht hat, kennt das Dilemma. Wenn mal was schief geht, da kann das echt eine klebrige Angelegenheit werden. Und das wieder sauber bekommen mit einem Wasserstrahl. Okay, jetzt bin ich im Badezimmer. Hier haben wir den ganzen Schlamassel mit der Stellenweise der Eierschale. Also man muss noch dazu sagen, die Flecken sollten bei Erstkontakt entfernt werden. Dann kann man da so ein bisschen drüber streifen. Dann fällt es einfach runter. So, da sieht man sehr schön, ich hoffe man kann mich gut hören, wie das einfach abkerlt. Fällt einfach ab. So, kann man gar nicht richtig auswinden. Also so wie ein normaler Stoff, fühlt sich das nicht an. Das kleilt einfacher. Ach ja, da wären wir nun wieder. Das T-Shirt ist noch etwas feucht. Ich habe es nur ganz kurz in die Sonne gelegt und es ist auch schon recht zügig wieder getrocknet. Verhältnismäßig. Ach, ich muss schon sagen, ich bin beeindruckt. Das wird mir eine Freude sein, damit zu kochen. Wenn da was schief geht, ist das kein Problem. Verratet es nicht, Keystraw. Aber ich werde ihm so eins zu Weihnachten finken. Ja, was wir noch nicht getestet haben, deswegen steht nämlich hier die Flasche Briehl. Wie verhält sich das in Kontakt mit Seife? Perlt das genauso ab? Ich sage ja. Sehen wir mal. Aber ich hoffe, dass das keinen Einfluss macht, weil es feucht ist. Nein, möglicherweise ist es zu feucht. Es perlt nur ganz leicht ab. Das sieht man kaum. Und dann haftet es schon an. Gut, aber das ist Seife. Es geht leicht weg. So. Ja, auf jeden Fall. Klasse Produkt. Ich werde mir noch ein paar davon bestellen. Empfehlen kann ich es. Und wenn ihr sehen wollt, was passiert, wenn es mit aggressiveren Stoffen in Kontakt kommt, dann schreibt doch einfach mal in die Kommentare. Hashtag Salzsäure. Und den scheiß Ei dort wegzumachen, war mehr Arbeit als erwartet. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Fürs Putzen zumindest. Das ist ja. Und abonnieren nicht vergessen. Also dann, bis zum nächsten Mal.